Hallo. So. Wir gucken jetzt, dass wir... Okay. Ich wollte eigentlich zu Sven laufen. Hm. Was hat er zu brech... äh, berichten? Wir haben ihn noch nicht gewohnt, aber noch nicht in der Krieg. Deesa's Verzwein für Tradition hat gesehen, dass die Blades suffer. Tis für Captain Brandt ist, dass sie ihn wiederholt haben. So, wenn die Zeit kommt, für Sie zu erinnern, ich muss Ihnen sagen, dass Sie über die Blades schon seit einem Jahr verholt haben. Ich werde sehr glücklich sein, dass sie es wiederholt haben, zu ihrer Vorstellung von Ihren Hand zu erinnern. Meine Hoffnung für unser Königreich und ihre Träschung gehen mit dir. Nice. So, jetzt können wir zu Sven. So. So, hier müsste das Zimmer von Sven sein. Da. So, ich habe mich auf meine Mutter gesehen, seit dem letzten Mal haben wir uns, und ich habe eine Art, die sie verabschiedet hat, nur eine halbe geschrieben. Es scheint zu sein zu jemandem der Phasus zu beantworten. Ich habe einen Augenblick auf, aber ich habe nicht gebrochen. Hier habe ich gedacht, dass du hier bist, und wenn du so bist, würde du so nett, dass du es mit mir verabschiedst? Das ist nur, wenn du Zeit hast. Ich bin in kein Position zu machen, natürlich. So, geht das über. Tagebuch eines Fahrers, Sir Augustins. Für neue Halbzeit. Hm. So, wat? Du du du... Aufträge. We must need to find a Smith with the skill to restore this blade. To whom can we turn for aid in this matter? Ja, ich lauf jetzt grad zu einem Schmied und frag den mal. So. Die Schmieden haben uns vorgelegt. Hey? Hast du eine blade? Was braucht es? Und es ist. Wo hast du diese alte Sache gefunden? Ich kann es kaum sehen. Eine blade wie diese, wenn du... Restorten eine Antike wie diese, wird nahe impossibel sein. Obwohl... Es gibt einen, der vielleicht eine skilletrechte. Ein Dwarf. Danke schön. So, ein legendärer Blacksmith, in Batal. Batal. Oh. Okay. Okay. The latest was a tragedy to those who suffered the beasts that I thought to myself. With the dragons and indeed we still that I need anything. Okay. Dann wollen wir mal nach Stadt Ruhetal. Okay. So. So. Hops. So, ich hol mal eben kurz meine Dampfwäure. Dann bin ich in. Okay. 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 We're here. Okay. Das Problem ist, dass die Verkaufnahme in der Verkaufnahme ist. Ich habe gehört, dass die Verkaufnahme bezahlt werden, obwohl sie ihre Arbeit verletzten. Dann sollten wir lieber ein paar Punkte auf der Hand um unsere Potenzialen Warrer zu verletzieren und um sie ein Mitglied zu unserer Cause. Doch. Geh, Master. Prey, light your lightning before I try. You'll not live to regret this. This fruit has a flight with temper. Break that the moment and take the heat of breath. Fear not. It is well enhanced. Fokus your strength, Captain. Äh. Ist der Wagen jetzt Schrott? I am in your debt. It happens to the best of us. Don't let it get to you. That's enough. There's a cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? No sense letting the enemy gain the other hand. Early Griffin gets the worm. Go, 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 go. Das war's. Glad to be of service. Das war's. Das war's skillful bit of theory. You do your making friends. Wo sind wir denn hier? Okay. Dann pennen wir. So. 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 You. So. So. Okay. So. And then. Aber... Ah! Ah, okay. Ist das ein Greif? Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. We're out. Strike hard enough. I might not have to do this twice. I shall leave the charge. Violin. Hehehe Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ja, danke. Ja, danke. Okay. 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 Tremendous work. Our combined might is beyond any fun. To the quick! So... Ingredients are plenty of hereabouts. I say we collect as much as we carry. Oh! I can't wait to find out what's inside! The Arisen has been drenched! Oh! 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 Okay, da haben wir das geschafft. Nice. Nice. Oh, 31. Nice. This is generally used as a material. Ha, jetzt haben wir es geschafft. Oh, sorry. Hier, den soll man... Und der kauft richtig teuer Gemüse ein, äh Früchte. Dann kann man hier wohl hin und her reisen und hier ins Lager gehen. Oh. Einlagern, so. Hm, Psy-Kristall. So. Und dem, so. So, kriegt man aus Trockenobst und Preise. So. Verkaufen. Oof. Nice, also das ist die Farm. To see you again here long. So. Sir Mirrodin, who calls Yon Manor home, is said to be a Tellis. He keeps all manner of magical implements in his, he's rather a crotchety sort to say the least. You pay him a visit. Okay. Well, aye, there's always demand for weapons. All right. Let's go, guys. I will need to go. Sorry. I will need my parents. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh Und hier müssen wir was anderes nehmen als das Was... Oh, 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 oh Uh, sehen wir nice aus. Kyra. Lebensband. Augenquetscher. Flammberg. Flammberg. Oh, da wird nur unser Bart weggemacht. Oh, dann brauchen wir ne Augenklappe. Ja. Und Lager verwalten, einlagern. Und Lager verwalten, einlagern. Vielen Dank. Must we run everywhere? You were an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. So. Mal gucken, ob wir mit dem Passierschein hier jetzt durchkommen. Hallo? Hallo? Ja? Oh, den hatten wir doch gerade in einem Brief erwähnt. So, you see... Oi, this isn't yours. Do you take me for a fool? Present your own permit, or I'll have... So, you seek to enter Batal, I presume? Oi, this isn't yours. Do you take me for a fool? Present your own... Eh. This is... Can I den hier unten fälschen lassen? Might as well take me for a fool while you're here, eh? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Hello? If you think me a liar, then buy something and see the truth. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Well, I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I are. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vielen Dank. So, dann stellen wir hier ein. I'll take any time as well. Nice. Greetings. We see a great many customers given our location. I'm going to go exploring. I'll take any time. Might as well take a look while you're here, eh? Might as well take a look while you're... Soho. We're here, eh? Many thanks. Time to head to the market, me thinks. They're quite a few... Strange, that. Mayhap you've seen those headless statues on road. Couldn't tell you whether any of that's true or not, mind. Tis simply ought I overheard at the tavern. Ok... Eh... We've made it, then. What's our first order of business arisen? So, jetzt ist die Frage, krieg ich hier viele... Oh... I can't deny. They have their uses. Ah, falsche Seite. Bitte? Ja, ich würd gern kaufen. Ich muss loslafen... Ich muss loslafen. Warte mal! Zerstörer! Ok. Frostfehler. Okay. So, und dann reisen wir mal nach Melvin. Ich will nämlich mal die, äh, wie heißt es gleich noch, das Goldding ausprobieren. Okay. 250, verkaufen, 80. Okay. Okay. Das sieht ausreichend. Any ideas as to how we might reach it? What to do? Okay. 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 So. Dragons Dogma 2 Gold Farming. Okay. 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 Prozent der Erw summen. 12 kann man bei Runes Offiz ziehen. 10 kann man Äpfel kaufen und Weintrauben. Die kaufen wir jetzt einfach. Dann setzt man sich hier auf Bank und schläft bis zum nächsten Tag. Kauft wieder Weintrauben und Äpfel bis man kein Geld mehr hat. Fancy look at my wares? Do come again. Now we should be able to transport ourselves here at any time, so long as we have a Ferristone with us. I've got the sharpest ears in town. Well met, sir. How might I be a- Always a pleasure. Und wenn man gereifte Weintrauben und Äpfel im Inventar hat, legt man die am besten in Bringt man sie ins Inn und lagert sie ein. Weil im Lager reifen Früchte nicht weiter. Well met, sir. Well met, sir. Do come again. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles. Myself. But enough of that. Always a pleasure. This ladder can take us to new heights. Nancy, look at my wa- So. Jetzt haben wir unser gesamtes Geld ausgegeben. So. 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 Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Und wieder einlagern. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. So. Oh, okay. Oh, okay. So, und wenn ihr euer gesamtes Geld leer habt, könnt ihr mit einem Reisestein, wenn ihr den in Kontrollpunkt Ruhestart abgelegt habt, zurückreisen. Dann könnt ihr in euer Lager eure Reifen, Äpfel und Weintrauben holen. Und dann müsst ihr einen bestimmten Händler suchen, und zwar einen Bestarienhändler. Hm, wo ist der? Ja. Oh, jeez. So much more. I'm not an inkling of what to do. Come on, have a look. It will take a better mind than mine to solve this. The Sovereign's retinue makes to fell the dragon at last. Oh, I'll be right back. I'll be right back. It was a remarkable day. Many thanks. Oh, man. 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 So, wo ist der? Ja. 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 So. Ist der jetzt wieder da? Ja. So. Ihr müsst zu diesem Händler hier, der steht hier immer, der kann unterwegs sein, dann müsst ihr einfach warten. Und dann könnt ihr verkaufen und zwar ordentlich. Und da wir zwei Reisesteine benutzt haben, können wir auch noch diese bei ihm kaufen. Und oder. Oder halt auch nicht. Ja. 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 So, mal gucken, ob das funktioniert, wenn wir ihm Geschenke geben. Oh, 10% Rabatt. Foliant des Kremers. So, aber jetzt können wir wenigstens hoch und uns, äh, oh, oh. Ja, sober. So, dann ziehen wir uns mal die Maske an. Hm. Korallenschlangen. Jo. 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 Okay, und hier kann ich noch mal pennen. Okay. Ballertal. Ballertal, so. Nicht Ballertal. So. Währends zu Hause sind Kindertagen. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich würde aber gerne irgendwie mal was jagen. So, we think it is where you will find that which you see. Okay. Ah. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put where I find to good use. Watch out for the knackers, Master. This verb is as good as the aim proof. I shan't let them harm you. Knackerhorn? Hmm. I've got a good feeling about this one. I've got a good feeling about this one. That was a skillful bit of thinking. You do your location proud. Okay. So, kann ich das... ...oh bring? Die Quitte? There's no one standing who might say otherwise. Well, I'm sure there's still room for improvement. So. Na komm. Ich will dem kleinen Jungen da was zu essen bringen. Oh, ich hätte auch einfach ans Lager gehen können. Oh, ich hätte auch einfach ans Lager gehen können. Well met, sir. Need a room for the night? Many thanks. Spare some charity for the poor. Ah, you there. What do you think you're doing, huh? You keep your hands off him. Don't go thinking you can treat the poor however you like just because you're better off. Calm down, Hugo. You've got it all wrong. This kind, sir, has been good enough to share some food with me. Is that right? In my defense, one can't be too careful. There's a child snatching scoundrel around nearly... The name's Hugo, by the way. I'm a helper as sort. Ain't many folk willing to offer that sort of kindness. Even just one more is a glad sir, so pay me no mind. Mm-hmm. And I'm sorry for the fall. Many... many thanks, sir. Many... Oh! Oh! Oh, boy, yeah. I'll have myself a trick. What I can do for you. Mm-hmm. 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 It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, dann können wir jetzt weiterlaufen. Mm-hmm. Materials such as... You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Oh. Oh, ne Statue. Mm-hmm. Oh. Oh. Ist das ein Schrein? Wer ist drauf zu errichten? Okay. Großblüter. Großblüter so. Okay. Okay. Oh, actually found here of all places such beasts are a their source of meat when rations are lacking Ich will protect you. Was ist das? Oh, nice Okay, ich will jetzt mal Hier war doch so ein komischer Ogre Oh Oh Gott No, the Arisen has been poisoned Focus A moment of indecision may spell our doom Oh Gott Das macht echt null Schaden We must rally Panicking would only take the enemy's boss A well-aimed strike Right where it comes Exhale Don't head up now Was ist das? Sieht aus wie ein Zumpfroger Let's see what you're made of Alter, mach ich wenigstens Schaden, ey T'would seem our foe hasn't lost their vim Ha, better stand a chance against us now I shall lead the charge Okay Okay Ah, sauber Must be tricky to balance so prodigious a brain What say we tempt our foe to stumble Okay, oh Okay Yeah I suppose we could try to tick the odds in our favor Gathering materials makes for dull work indeed Oh Oh Waren wir erstmal da drüben hin? No Here we go Tch Carpies Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, okay. Damit haben wir das auch geschla- äh, geschafft. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. I have a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. Ich weiß, dass ich am besten bin. Es ist eine Ehre, zu sein bei Ihrer Seite zu sein. Okay. Got it, got it, got it. Hm. Okay, ich wurde eingetragen, äh eingefroren. Okay. Okay. I'm all for swapping stuff. Leave the finding of equipment enhancing material. I feel refreshed and ready for a new day. Off we go then. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. I would prefer not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, unless all that vim goes away. Okay. Ich frag mich nämlich, die Statue zeigt hier hin, was hier oben ist. Okay, also. Anlauf. Okay. Besschen Rippchen. Battle is best avoided here. Poison is a nasty affliction. Wow Okay Okay Südlandeisen Donnerschlag Höhle Ist das hier der Ort vom Greif? Okay Damit haben wir die auch Aber ich glaube Ich muss mal bald die Klasse wechseln Ich bin Hm. Oh, Truhe. Hm. Wo kommen wir denn hier hin? Oh. Hm. Wo kommen wir denn hier hin? Oh. 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 You're all fond of picking things up, aren't you? Oh. 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 So. Oh. Oh. Holy shit. Ballert der da drauf. Over so soon? Why? We seem to have come through one step. Wo kommen wir denn hier lang? We mustn't allow ourselves to become compressive. Take each trial as it comes. Burn them knackers! Most impressive master. We must be scratching up for them. We've done. We've done it! Our fortunes are looking up. All the more so if we sell this new found prize. The upper pockets make the shallow troubles, they say. Okay. This brute has quite the temper. The rexist opponent makes the evil prey. Fear not. It's still falling past. Nice to meet you. Then we make the Minotaurus here clean. The creator is really warm. This is what we thought. The fire is really warm. The fire is too warm. Maybe a few more for good measure. Oh, leh. Ja, ii. Oh, ein Reisestein. Oh, was ist das? Eine Chimäre. Gott, oh Gott, oh Gott. Da, O Gott. look out, Reisestein! We're under attack! Nice. Allheil, kuriose Mähne. Was finden wir hier? Ist hier ne... Was ist hier? Grenzschrein. Wöhrer Befehl. Töne Stöpfe. Körbe. Wöhrer Befehl. Wöhrer Befehl. Hm. Okay. Hmm. Woo. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Ich werde die Schmerzen. Entstanden? Oh mein Gott, wie du das machst? Oh, noch ein Reisestein. Oh, noch ein Reisestein. So, wo bin ich denn hier? Ist sie einfach runtergefallen und gestorben? Kannst du auch keinem erzählen. Düster Sturm. Ja, machen wir mal Sirupwurzblatt. Du kannst auf mich kämpfen, um deine Hilfe in deinem Zeitpunkt, Master. Wunderschön, wenn ich die Kurativen benutze, ist meine Spezialität. Und jetzt hier, wo du siehst. Ich will, wenn ich die Kurativen benutze, ist meine Spezialität. Ich will, wenn ich die Kurativen benutze, ist meine Spezialität. Ich will, wenn ich die Kurativen benutze, ist meine Spezialität. Das war's. So, Angriff. So, Angriff. Komme ich hier? Cool. Gott, diese Steinviecher sind echt... ...hardcore. So, Angriff. 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 Zum Upgraden Yo, Ausrüstung verbessern Silberkrone, okay Gift für dich, oh nice Lecuriose Mähne will ich noch nicht opfern Okay Always a pleasure The Sovereign's retinue makes to fell the drak Sovereign's retinue Sovereign's retinue Sovereign's retinue Okay Gab's hier nicht ne Ja, hier gibt es ne Gilde Dann Gucken wir uns da mal Hier die Gelder an Freitag, der Haftbank Er wird den Fall Wenn die, nehmen sie Bergbrecher, ja Dominanz So, dann weiter So, dann Now there's a worthy prize If only to end so far away So, you see Oi This Oh 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 Gott So, wir gehen jetzt mal hier eben Penn Oh, ne Moosbeere Grimogra 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 Okay, das hatten wir eben gerade Zyklopen Greifen Chimären Minotauren Halbdrachen So, ich kann das nicht Hör mal hier不好 Also, ich kann das nicht Aber ich kann das nicht Schmerzen Ach, ich kann das nicht Okay, wie kann ich das nicht Und zurück jetzt. So. Und jetzt können wir, oh greif. Okay. 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 So. So. Und jetzt können wir hier. Servus. Was geht? Okay. Okay. Ja. Auch. Ich habe zum Glück Urlaub und kann jetzt hier ordentlich daddeln. Oh nice. Oh nice. So gerade nicht richtig. Müsst schon ein bisschen her sein würde ich sagen. Okay. 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 Ja alles gut. Ähm. Ja bei Minecraft haben wir auch eine ganze Runde weiter gespielt. Ah. Okay. 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 Ja also bei Minecraft haben wir auch eine ganze Menge weiter gespielt. die Kollegen. Die Kollegen mit denen ich den Server hab. Also die die den Server haben mich eingeladen haben. So. Ähm. Die haben schon den ATMs da hergestellt. und jetzt die äh passende Biene dafür hergestellt. Also ist schon krass wie weit die gekommen sind. Oha. Ich muss ja auch wieder auf。 Mal dort abkommen. Ja, ja. Sie müssen sichtbar! In diesem Armat zu holen. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es sind. Ich weiß nicht, wie es gar nicht. So hart ist. Ja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich bin leider noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe jetzt vier von acht oder neun Quests für den ATM-Star fertig. Aber jetzt ist gerade Dragon's Dogma rausgekommen und das macht gerade auch richtig Laune. Ne, das ist Dragon's Dogma zwei und das ist letzte Woche Freitag rausgekommen und ja, das spiele ich jetzt schon 24 Stunden oder so. Ja. Ist bedeutend einfacher als Elden Ring, muss man sagen. Yay. Aktuell, ich glaube, 60 Euro. Ähm, aber Disclaimer vorweg, das hat aktuell komische Performance-Probleme. Ähm, und zwar, wenn du keinen leistungsstarken PC hast, dann funktioniert das leider nicht so richtig. Also, das ist wohl hart CPU-lastig in den Städten und außerhalb ist das hart GPU-lastig. Ja. Aber da soll demnächst ein Patch rauskommen und dann soll es besser werden. Also, ich würde da eher aktuell auf ein, äh, Patch warten. Da bist du dann auf einer sicheren Seite. über. More cards. Ich hoffe, dass du nicht zufrieden hast. Ja, nee, da... Da wirst du auf jeden Fall mit dem Spiel harte Probleme bekommen. Nice. Wieso Windows XP? Oh Gott. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube es ist so. Ich glaube es ist so. Oh, Laufbahn des Isolationisten wurde freigeschaltet. Nice. Okay. Okay. To the quick! Okay. Whoa. 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 Vielen Dank. So, was ist hier in der Höhle? Oh. So. Okay, wo bin ich denn nicht hier gelandet? To the chest. I shall take a look inside. Okay. Okay. Oh. This is for you, Master. I thought it might come in useful. 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 Is your pack not overburdensome? Oh, you carry so much. I worry for your poor spy. You can't get better of us. If you need that destroy. I'm your phone. Hehehe So, dann haben wir das hier auch ein bisschen erforscht Oh Gott, oh Gott, oh Gott A fine place to harvest some ingredients I say, we collect as much as we can carry Oh 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 Okay. Oh, yeah. Huh? 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 You were what? Halt, I say! Who? Why? I'll have you! Pursuing young bandit may well lead us to the fiend's hideout. Come, master. There is not a moment to lose. Okay. Have you heard the rumors? There was no warning? Of course, such rumors are best taken with a grain of salt. Some pepper. Look! Oxen! How tranquil! Careful! Oxen are like to charge when angered. So. And fine. I could look upon this sky for all eternity. If it wasn't for the crack in my neck. I kept knowing that. How can we get it? You're allowed. You're allowed to check out. No way, I'll get a bit of an office. You're allowed to check out, or will I get a bit of an office room? You have to check out loud in your office room. It's all for me, I'm going to check out. No way, I'm going to check out, or do you? All right. I'm going to check out. Ah, hier geht's runter, okay. Irgendwie sieht das alles hier sehr komisch aus. Hier geht's runter. Ah, Sucher-Medallion, nice. Ah, hier geht's runter. Oh, come in here was the last mistake you'll ever make, cuz. Oh. 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 Water is nigh invisible in this gloom. Oh. No few times has an overconfidence stepped soaked my boots. Oh there, so that's part and parcel of the adventurous trade. Son of a- Shhh. Shhh. Boo! Seems we've enemies in our midst. Ah, I see you've pinched something from our foe. Oh, that was crafty of you. Where do you think you're coming, eh? Do not get past me! That's the spirit! Think nothing of it! I might just let you live! Okay, finally. So close the call offers no solace in victory. Saved again! I'll redeem myself yet. Tis quite a drop. More than long enough for one's life to flash before their eyes. Don't let fear freeze you in place. Keep moving! No, no, no! Am I going to... Come on! This way! I need to get you out of here of four things. That's what Lenzo said to do. If we ever... So come on, you lot. It'll keep us all safe. They're already here! Run! They're already here! Run! Drop all your valuables, and I might just let you leave. What's the hurry? Prepare yourself! Come on, move! I'll help! Oh, man! Okay. Okay. Meine Dank. Wir werden dich jetzt accompagner. Ah, okay. Und. Oh, oh. Ha, was ein Massaker. Oh Gott, ohne Heiler ist das ein bisschen echt komplizierter als gedacht. Ah, hat's been said. Okay, does this foe not remind you of a certain someone you've met? Was are you doing? We're in the midst of battle. Okay. 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 Okay, damit haben wir aufgeräumt. Okay. 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 Wir werden den Mann verabschieden. Und sehen was er weiß. Die Karlsnekes sind noch ein Enigma. Vielleicht hat das... Es war schrecklich, wie der Kallus-Leader behandelt den молодigen Mann. Er hat ihn als ein altes Boot. Ich wünsche mir, dass wir ein fairer Tidings haben. Oh, frostige Kante. Losing business. Fret not! I'm sure we'll come back to this eventually. Goodness. We're higher up than I thought. It would be quite painful, were we to fall? One cannot be too careful. So... So, was ist denn jetzt unser Auftrag? And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? I'm unsure how best to see you. The Sovereign's retinue makes to fell the dragon at last. Sovereign's retinue. Sovereign's retinue. Sovereign's retinue. Sovereign's retinue. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So I'm attentive and loyal and prefer to remain by yourself I'm only glad to have proven my worth Are you fit to travel? Then let's not doddle So So Nice So Okay Okay Oh schade Okay Dann dürfen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen Und weiter geht's Dunkles Element Okay So Also laufen wir jetzt einfach mal weiter Man könnte natürlich runterspringen und mit dem Lazarusstein sich wieder belegen Oh cool Nice No sense letting the enemy stay in the upper hand Wait Wait Okay Okay Und zurück Eigentlich müssten wir jetzt auf die nächste Livebahn, äh Livebahn, Laufbahn gehen Oh Oh Whoa Whoa We've noughts again by fighting here Best we push on Let my magics grant you an elemental boon Nee, den holen wir uns nicht Pennen wir hier nochmal ne Runde Oh Hey Okay 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 Wait So. So. Nee, brauch ich nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Okay, den Weg müssen wir hier gehen. Hey. Hey. Oh. Oh. Scheisse. Well done. Das sollte eine Abuse sein. Schau mal. Auch da So 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 Können wir die Seilbahn hier nehmen Das würde mich schon mal interessieren Ah Blech aus Ja Wir nehmen euch mit I Wir 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 Ich bin nicht so, wie ich das hier wiederholt. Ich bin nicht so, wie ich das hier wiederholt. Ich bin nicht so, wie ich das hier wiederholt. Entstanden. Ich bin nicht so, wie ich meine Magik entdecken, mit der Füren der Elemente. 2 Oh. We will not live to regret this! This goes for a curative. That was incredible. Never have I encountered such a strategy. Well, well. Color me surprised. I shall not fail you. Might I be of assistance? No, a ballista. Okay, hier geht es irgendwo lang. Also hier geht es ja wahrscheinlich hier rüber. Oh, da hinten kommt es. Dann holen wir uns den hier oben noch. Oh, da hinten kommt es. Oh, da hinten kommt es. Oh, da hinten kommt es. Okay. Es ist ein Mechanismus für die Schrauben. Und es sieht aus, dass es eine große Bedeutung ist. Darfst du gehen? Wir brauchen nicht mehr die Arbeit, um alle die Arbeit zu machen. so und wir reisen jetzt nach hier okay wie sieht eigentlich die aufträge ich Das war ein schweres Mal. Okay, dann gucken wir mal ob wir den irgendwie retten können. Oh. Oh. Forgive me, Risen. Okay, hier sollten wir hin. Oh. Ja. Okay. Verpisst euch Gefäße, ihr seid hier nicht erwünscht. Okay. We're here, Master. Well, that's fair. How's the day for you then? Oh. 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 Ow. Oh. 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 Hm. Oh, and if you encounter any troubled Battalia They are harsh in their persecution of the pawns, but were they to be aided by the targets of their ire, may have a few stuff in hearts would soften a simple plan I know, but is the only one available I admire your dedication master. It is no small feat to hone one's skills so fine. Okay. Oh, 35 Oh Oh Brookes Schmiede Oh Okay So Oh Gott, schon wieder Also das ist Bagdal So, ich würde jetzt mal hier gucken Oh Oh Ein Schotter Silberne Ochsenzunge Oh Drachenblick Oh Oh Well, ich habe gehört Ich habe gehört Ich schockte Greifenhelm. Helm der Tapferkeit. Heldenrüstung. Prächtige Cursor. Prächtige Cursor. Prächtige Cursor. Prächtige Cursor. Prächtige Cursor. Reisestein. Prächtige Cursor. 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 Ich bin froh, dass du dich an deinem Seite hattest, Arisen. Ja, kommt her, ihr... Oh Gott. Sag, habt ihr gesehen, welche Statuen? Solide Ston-Telles. Viele von ihnen waren fach... Hier ist das kurze Teil, doch. Die Dinge sehen ganz nahe real. Was habe ich mit meinen Händen auf einen? Ich glaube, ich muss nur... Okay. So. Oh, hängt der da schon wieder fest? Hm. Okay, dann jetzt zum... Äh, Dingenskirchen hier, wie heißt der? Da. Ach, ne Reife. Na, wieder zurück. Okay. 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 Hier war doch irgendwo ne Bank, oder? Oh. Ah, hier. Ach, hier. Und noch mal. Damit wir eine reife Quitter bekommen. Und immer noch nicht. So, jetzt haben wir eine reife Quitter. Okay. Okay. Nee, ich will hier hin. So. Glüh mal Kohle. Schmiedes hier. Schmiedes hier. Okay. Das war ein Künstler. Aber wie ich sagte, habe ich meine Kugel geschnitten. Also, warum hast du noch... Das ging ziemlich schlecht, ich glaube. Was haben wir jetzt gemacht? still here my smithing days are done i'm not beg pardon sir but uh i could you'll have to forgive him he's been in a foul mood yet though he's always been a bit crotchety enough cheek you wool brained waste roll now i'm off to the server of course you can you're going hang about eh twas special made to use glimmer coal mined from till the monster's settled in that is listen brock is too proud to ask for help but i'm should you succeed i reckon he'll now true to its name glimmer coal so you'll want to cast your eyes about for any glowing oh suppose you'll be needing the name of the place diggers ruined is called ok if we can procure some glimmer coal from diggers ruins sir brocker ought to have a change of heart about the regalia sword follow me master i shall guide you to the location so ich will jetzt umlernen no need to overthink it you can check laufbahn wechseln so 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 wird wenn die nimmst und wo ist kaira da dankeschön so kaufen wir erstmal alles wim furchtlosigkeit ok dann machen wir kämpfer ja nein oh so ein lagern we offer excellence do come again hmm welcome as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate we offer stehlernde tut we offer we offer we offer we offer we offer to we are Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das passt dann, ja? Hehe, okay. So. 39.000, ey. Come cheap, mind. Okay. 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 So, dann lagern wir das Ganze mal ein. Okay. 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 Oh, nehmen wir die. Okay, dann haben wir das jetzt fertig. Okay, dann haben wir das fertig. Okay, dann haben wir das fertig. Ja, wir wollten in die Gräberruinen. Das passt ja. Oh, muss ich hier raus? Nee, ihr sollt eigentlich mitkommen. Oh, nice. Okay. Okay. Also, dann muss ich sagen, das gefällt mir doch bedeutend besser. Oh. Okay. 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 Oh, was bist du denn? Gott, oh Gott, oh Gott. Der sieht ja cool aus. Hey, Laufbahnragen aufgestiegen. Kyra Stufe 35. Ah. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. Okay, hier geht's also hoch. Weiter, weiter. I would not presume to direct her, of course, but do let me know. Perhaps the reason has recalled some more pressing visits. Why not? I'm sure we'll come back to this eventually. You will not live. I must admit that it feels wonderful. I must admit that it feels wonderful. There is one! Are you all right? Alter! Do not wait this chance. We must press high more advantage. Strike fast and true and our one shall fall. Right there, right there. This is a boat worthy of mission. More to say our best way. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Glimmkohle Glimmerkohle Glimmerkohle Oh! Glimmkohle Glimmkohle Okay. Makellose Flamme? Makellose Flamme? Oh, das ist selbstverständlich. Das hat keine Berechtigung mehr. Hi. We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. We'll manage, whatever comes, we always do, don't we? We'll be right back. We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Let's go. Oops. Uh-oh. I have an inkling this place will yield a rarity or two. Well, well. That's quite a discovery. What's up there? I can't make much out from here, but I have a feeling it will be worth the climb. Allow me, master. Tis within my reach. Might I be of assistance? I would be glad to demonstrate the efficacy of my mage skills. Cool. Cool. Is this a Minotaurus? Das war ein Minotaurus. Aber ein komischer. Wo ist der? Labyrinthus. Der hat darauf ausgedrückt, Schwarzstellen, einen Eingriff zu treppen, sage ich gegen den Tauren und ihresgleichen. Schwarzstellen, Hey. Hey. Wow. Hey. 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 Nice. Was war das denn? Ring der Muskelkraft. An early Griffin gets the worm, as they say. A cave. Shall we proceed into the depths? What I wouldn't give for a map. Particularly one that could tell us where all the treasure lies. Of course. Ein Reisestein. Nice. It would not be unwelcome for an ally to appear for us. We fight. To arms. Is this easily done? The Arisen has been drenched. We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. Fire! Let my magic and view your weapon with the fury of the elements. Oh God, oh God, oh God. You'll not live to regret this. Oh God, 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 oh God. So close a call offers no solace in victory. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor us. So, wo geht's jetzt lang? Was machst du hier? Come to think of it. We're all of different vocations, aren't we? We're all of different vocations. This ought to suffice Unless you'd rather mine for more, Master It is no great shock to me Get back, PDF The erf Heard Verse of JON All the 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 Okay, dann I've just had a thought Every master I've ever served has favored different tactics One party I joined consisted only of ranged specialists I'll be sure to keep that in mind Hang in there, master! I'm coming to assist! I'm coming to assist! I'm coming to assist! I'm coming to assist! Was ist das? So... Können wir zurückreisen? Dann sollten wir jetzt eigentlich das Schwert reparieren können. Ich bin gespannt. Sorry, ich muss mal eben ein paar Sachen schreiben. Ähm, wieder ein bisschen Arbeitskram. Ich bin gespannt. So, weiter geht's. Wird that such tranquillity could last. Tis, as you say. So, ich würde sagen, erst mal zum Gasthaus ein bisschen Schrott entladen und dann alle Glühkohlen mitnehmen. Welcome and well met. Okay. 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 So, was habe ich weggetan? Okay. 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 So, jetzt können wir die Sachen abgeben. Nee, ich will die Sachen bei mir bauen. Okay. Rocker, wir haben mehr Glimmerkohl, jetzt können wir die Forge wiederholen. Es ist nicht die Forge, was braucht die Glimmerkohl, aber deine Fülle ist. Ich habe dir gesagt, meine Glimmerkohl, ich habe nichts mehr für Glimmerkohl. Ich bin fertig, verstehe ich? Ich werde nicht mehr sagen, dass das Rusted Hunk von Steele nicht hören. Wenn du so gerne, dass es... Oh, ich war sicher, dass er seine Füße wiederholen würde, wenn wir nur noch mehr Glimmerkohl haben. Meine Entschuldigung für mich zu all diesen Problemen, Herr, aber wie ich es sehe, wenn der Böcke der Böcke ist, dass der Böcke die Glimmerkohl zu sehen, dann bin ich die beste Hoffnung, als ich, wie ich, als ich, als Apprentiz und alles. Ich bin dankbar für deine Hoffnung, Herr. Du kannst bald sehen, dass deine Füße gut gelegt. So und jetzt? So und dann suchen wir uns mal ein Camp, damit wir pennen können. So und dann suchen wir uns mal ein Camp. So und dann suchen wir uns mal ein Camp. So und dann suchen wir uns mal ein Camp. So und dann suchen wir uns mal ein Camp. So und dann suchen wir uns mal ein Camp. Nice. Nice. Reife Quitte. Da ist ein Golem. Ist das hier auch ein Golem? Sind hier ganz viele Golems? Oh. Oh. Oh oh. Okay. Okay. So Porque wir sind da auch level ein�� Kons quceğim. We must stand together if we are to seize victory! Hier, ein Stripe of Lightening auf deiner Seite. Okay, oh. Dammer. Woah. Oh. 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 Ich glaube, der Eis wird von uns nicht verwendet werden. Diese Fienden werden zurückkehren, so lange ihre Säge bleiben. ...zurent! Enough! I shall gladly smash every last one! I shan't let you calm you! What has stricken you arisen? Let's make magic and heal your weapon with the fury of the elements! If we mastered that attack, we would be invincible! Let's go! Daaaaaa gehen wir hin! Oh! Ah! Ah! Ah... Ich fühle mich auf und bereit für einen neuen Tag. So, was ist das? Ich glaube wir sollten ein paar Heiltränke mitnehmen. So, was ist das? 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 Dann haben wir den auch geschafft. So, was ist das? So, was ist das? So, was ist das? So, was ist das? Oh, I dare say there'd be no harm in using this. I would gladly be amazed, Arisen. It's about time we've pressed on, wouldn't you say, Master? Let's go! Nein, eine Ballistin. Wir machen uns das mit der Krieg. Ich habe keine Angst, dass wir unsere Feuern nicht wissen können. Ich werde es helfen? Ich werde es mit mir. Das war's für heute. Okay. Okay. It is a mechanism for hauling freight, and it looks as if it could bear a significant load. Shall we hop on? We needn't let our feet do all the work. Okay. 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 So, dann wollen wir doch mal eben zur Schmiede und einmal nachfragen. Look around if you must, but be sure to buy alls. Bitter glares dog our steps wherever we tread here in Batal. Tis clear its people hold no love for weeple. I've never seen this sort of craftsmanship. Have they work? Hi there, Ariza. I've never seen this sort of extreme temperature. It's hardly air used since the hammers like to cool if all you can fall. Crocker's explained the process to me. It seems it will take a rather complex process to restore the sword, but I've no doubt that Cersara is up to the task. There's no great shock to me. I think, knowing that the patterns on the sword were the work of a blitz, I suppose I'll sleep on it. Mayhat the aunt... How could that have, but it's what she does next, right? Okay. So. So und jetzt ein bisschen Entspannung. ... ... Oh, okay. ... Vielen Dank. So. 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 da dürfte nichts passiert sein. Glaube ich. Ja, mal gucken. Also auch wenn ein kurzer Aussetzer beim Server passiert, da sollte ja eigentlich nichts in die Luft fliegen. Eigentlich. Äh. 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 Okay. So... 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 Okay. 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 Nice. Und dann wollt ihr das Remake auch komplett durchspielen? Muss man auf jeden Fall berichten, weil das will ich mir eigentlich auch noch irgendwann angucken. Und Kaiser, ja, das Pack macht Spaß, basiert auf ATM9 und macht sehr viel Laune, muss ich sagen. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Vielen Dank. 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 So, mal gucken, ob das was bringt. Vielen Dank. 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 Ja, 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 ja. Ja, dachte ich mir auch grad. Vielen Dank. 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 So, das haben wir ja jetzt gemacht. Ich bin mal gespannt, ob die Waste-Bean jetzt arbeiten. Chemical Oxidizer. Output, Output, Item Input, Links. X mit. X mit. Upgrade. Upgrade. Output, Output, Gas Output. Output, Output, Output. Output, 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 Output. Output, 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 Output. Output, 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 Output. Output, 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 Output. Das PS war das doch, ne? Oh. Dann sollten wir HD-PTE-Sheets noch herstellen. Aber das bekomme ich ja hier. Hier Plutonium und Polonium kriege ich jetzt ein paar, sodass ich den SPS bauen kann. Oh. 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 Was brauche ich doppelt so viel? Was brauche ich? Ja, ich brauche ja erstmal einfach nur die Sachen hier und sobald die fertig sind, kann ich ja die ganzen Sachen hier abbauen und hole mir dann nur die Plutonium für das Antimaterie. Was brauche ich? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, war auch meine Idee gerade Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Precision sawmill Untertitelung des ZDF, 2020 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 guck,inguin So bad. 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 X Ne, ein Crafter Hey Importer Exporter Wasser Ähm, was brauchen das hier war Italien Und was brauchte der noch Hydrogen Hydrogen Dramatis 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 Vielen Dank. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ist das Chemical Gas? Insert Gas. Okay. Chemical Create. Create. Das ist Hydrogen Export. Das hier ist Fluid Create Export. Export. Extern. Extern. Übrigens um die Waste Barrel anzufangen habe ich eine Barrel. Mega Idee. Danke, ich habe mich gerade gewundert wie ich das am besten hinkriege. Appartee. Okay. 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 Oh. 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 So und dann müsste das nämlich nicht mehr verdampfen. Und die müssten doch... Oh. 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 Hier steht direkt am Portal für den Reaktor. Na, mal gucken. Na, mal gucken. Ja, ja, macht Sinn. Ich guck mal, ob das jetzt mit den, mit den Dingsons funktioniert. Und dann gucken wir mal. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Ich guck mal, ob das jetzt mit den Dingsons funktioniert. Nichts M Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Zopp Oh 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 Das war's für heute. Hä, warum geht denn das nicht raus? Was ist das nicht raus? Okay. Okay. So, nochmal Functional. Allihallo. Was geht? Okay. 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 Hast du wenigstens ein bisschen was zu tun oder? Oh Gott. Okay. Okay. Also du hast gut was zu tun sage ich mal. Okay. Ah okay. Ja. Kann ich verstehen. Oh. Okay. Okay. Ja. Das sollte man aber machen würde ich sagen. Napp und. Und... 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 ... ... So... Und wir brauchen einen Crafter. 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 Tank. Tank. Vielen Dank. Habe ich denn noch Italien? Nö. Okay. 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 Das war's. Das war's. Okay, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.